Hallo liebe Leute und ich begrüße euch zu Bad Wars 8x1 auf Gomme. Tatsächlich auf Gomme, normalerweise spiele ich ja nie auf Gomme, aber es ist wieder die Sache. Ich nehme wieder zu der Zeit auf, wo alle von euch wahrscheinlich noch schlafen oder in der Schule sitzen. Was anderes gibt es ja glaube ich tatsächlich nicht. Und deshalb ist auch keiner da, damit mir aufnehmen kann. Trotzdem werde ich jetzt hier was spielen, die anderen Server sind auch alle voll. Und ja, deshalb auf Gomme. Hier ist unser Bett. Sollten wir mal so ein bisschen improvisorisch einbauen, wobei ich gerne dafür zwei Kisten hätte. Ich gucke mal ganz kurz. Ja, hier habe ich mein zweites Eisen. Sogar drei schon, aber ich brauche nur zwei Kisten. Eins, zwei. Krasse Schwab. So, und die setze ich dann nach draußen hier vor. Zack. Oha, da ist schon jemand. Oha, der sich rübergefasstwitcht zu mir. Krasser Dude. Oha, auf jeden Fall erstmal ein Knockback-Stab. So. Alles klar. Knockback gegen Knockback. Und ich habe mein Bett eingebaut. Okay, du hast mich runtergeworfen. Scheiße. Damit hast du mit deinem Knockback schon gewonnen. Alter, wie schnell kannst du dich eigentlich zu mir rüberbauen? Finde ich ziemlich scheiße von dir, ne? Nein, komm schon. Fand ich jetzt gar nicht cool. Bevor ich allein was sehen konnte, hat es mich schon wieder gekillt. Nein, nein. Weg hüpfen. Weg hüpfen. So, komm schon. Jetzt kriege ich den. Ich kriege den. Ich muss den bekommen. Ich muss den. Ja, nice. Hat er jetzt ernsthaft mein Bett? Er hat mein Bett. Hier ist schon wieder jemand einfach über mir. Was soll das? Mein Bett ist schon weg, Leute. Mein Bett ist schon weg. Lass mich nochmal in Ruhe. Ich habe nichts. Ach, ihr Hurensöhne. Ey, wie ihr mich nicht einfach mal spielen lassen könnt, ne? Pah. So, dann suche ich mir jetzt mal eine neue Runde. Und dann sehen wir uns in ein paar Sekunden wieder. So, eventuell habt ihr gerade vor ein paar Millisekunden so einen kleinen Frame gesehen, wo ich in der Lobby stehe. Ähm, das werde ich jetzt nicht wieder rauscutten, weil das einfach ganz genau Gommes Server zeigt. Ich habe nämlich die Aufnahme schon wieder gestartet, als es losging mit dem Spiel. Also, als wir, ähm, ja, als da 5, 4, 3, 2, 1 stand, habe ich gestartet. Und dann plötzlich wurde ich wieder mal gekickt. Und das ist ja typisch für Gommes, dass du einfach andauernd gekickt wirst. Und ohne Witz jetzt, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Macht doch einfach ein paar weniger Spieler Premium. Oder macht einfach Premium ein bisschen teuer, damit weniger Spieler Premium haben. Das ist nämlich übertrieben nervig. Ohne Witz, lass den Mist. So, wow, jetzt regnet es hier auf der Map. Ich hoffe, das geht jetzt weg und das Wetter legt sich jetzt. Ansonsten ist das Bad Wars hier auch mega scheiße programmiert. Ja, nice. Ich glaube, das bleibt jetzt so. Ja, bestes Wetter zum Bad Wars-Spielen. Das muss man doch umstellen. Ohne Witz. Das sieht jetzt einfach nur grausam aus. Alter. Naja, was soll's? Ich baue jetzt hier erstmal wieder improvisiert mein Bett ein. Die Blöcke in meiner Hand. Das ist einfach nur weiß wegen dem Wetter. Hier kann man auch so inkompetent sein wie dieser Server. So. Giste 1. Giste 2. Schön. Da baut es noch keiner rüber. Der steht auch noch dumm rum. Der da hinten steht auch noch dumm rum. Gut. Das heißt, ich kann mir jetzt Blöcke machen. So. Und mich selber jetzt rüber bauen. Dafür nehme ich mir aber auch noch einen Spitzhacken mit. Ich hoffe, die ist ja genauso teuer. Ja. 2. Passt. So. Und dann machen wir das Ganze so. Und jetzt haben wir, denke ich, erstmal alles, was wir tatsächlich für einen kleinen Push brauchen. So. Der Typ baut sich jetzt zu uns rüber. Schön. Soll er tun. Ich baue mich zu ihm rüber. Und hoffe, dass ich dabei nicht runterfalle, so wie er gerade. Aber da er runtergefallen ist, brauche ich mich auch, glaube ich, nicht groß hochzubauen. Ich gucke mal ganz kurz. Ah, ich glaube doch, ich muss mich hochbauen, weil das tut er ja eben auch. So. Boah, ich habe gerade mega Angst, dass ich dabei runterfalle bei meinem Springen und Bauen. So, der da unten kippt sich jetzt noch. Muss ich aufpassen. So. Alter, wie jetzt gerade alle Betten zerstört werden. Ah, der hat sein Bett genauso zugebaut wie ich meins. Das ist natürlich jetzt scheiße. Und er baut sich jetzt hoch zu mir. Und tschüss. Oh, doch nicht. Jetzt überlebt. Oha. Oha. Was geht da? Wieso hat er das einfach so überlebt? Oha. Mann. Wie hat er es geschafft, dagegen zu steuern? Der hätte eigentlich dabei draufgehen sollen. Scheiße, jetzt muss ich mich auf jeden Fall erstmal beeilen. So. Das Schwert. Nein. Nein. Fick. So eine abgefuckte Scheiße heute. Ja, jetzt falle ich schon wieder runter. Ist exakt dasselbe wie eben. Was ist hier heute los? Das wird mir nicht so scheiße in Bad Wars. Hä? Was war das? Ja, geil. Ich hätte mir einen Gui irgendwie geschafft auszublenden, als ich auf die Tastatur gehauen habe. Oh. Ich bin schon tot. Mein Bett ist schon abgebaut. Was für eine Scheiße. Wieso habe ich den nicht bekommen? Ich bin gerade eben einmal runtergesprungen. Habe einmal auf den geschlagen. Dachte, dadurch geht er drauf. Nö. Der überlebt es nämlich einfach. Was für ein Abfuck. Mann, Alter. So. Nächste Runde. So. Es geht weiter. Diesmal wurden wir nicht rausgekickt. Was aber ein Wunder ist. Und hier scheint mal die Sonne auf dieser Map. Oh, wie geil. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ruckelt alles so ein bisschen bei mir. Bei 490 FPS. Sollten dann doch nicht ruckeln. Aber irgendwie läuft es nicht flüssig. Habe ich das. Naja. Also wenn ihr irgendwie findet, dass es nicht flüssig läuft, dann lasst mal bitte einen Kommentar da. Dann gucke ich, dass ich es mal wieder fixen darf. Ähm. Aber ich kann doch gerade mal ganz kurz was probieren. Es deckt jetzt vielleicht bei euch. Ihr seht gerade am Ende. Es hängt ordentlich. Momentchen. Momentchen. So. Vielleicht ist es jetzt tatsächlich was flüssiger. Ich musste gerade auf einem anderen Bildschirm noch was umstellen. Ich habe ein paar Programme geschlossen, die ich im Hintergrund noch offen hatte. Ja. Könnte flüssiger sein. Ich will mich jetzt aber auf nichts hier verlassen. So. Und hier natürlich der scheiß Shop. Weil du ewig brauchst, um dir ein Schwert hier zu machen. Was mehr ist als einfach nur ein Knockback Stab oder ein Einser Schwert. Was tue ich da? Alter. So. Ich gebe mir jetzt erstmal noch einen Knockback Stab. So. Und dann sortiere ich das Ganze einmal. So. Okay. Alles klar. Dann noch ein paar Blöckchen. Und dann gucke ich noch nach Essen. Wobei ich wahrscheinlich eh gleich tot bin. Ach komm schon. Falsche Seite. So. Wie kompliziert dafür diese Shop-Systeme? Ich meine, okay, es ist nicht kompliziert, aber es ist einfach dumm und aufwendig. So. Hier ist mein Bett. Hier könnte man richtig geil sich einfach anschleichen oder rüberbauen auf eine fremde Base und das einfach abbauen, ohne dass er mitbekommt, dass jemand in seiner Base ist. Jetzt jumpt doch da hoch. Alter, es ruckelt doch, oder? Wieso ruckelt das? Ich nehme es jetzt mal auf den Gomez-Tür, aber ansonsten ruckelt es doch nicht bei mir. Richtiger Abfuck. So. So. Wir bauen uns jetzt hier einfach schreckt. Ach komm schon. Was ist das? Das ruckelt doch. Das ruckelt doch, oder nicht? Natürlich ruckelt das. Was habe ich hier für eine FPS-Zahl? 96, 56. Das sind keine Rucke. Das ist immer noch mehr als genug. Aber ihr seht es doch, oder? Es ruckelt doch. Es ruckelt doch. Oh. Ich habe Eisen in der Hand. Ich dachte schon, warum brauche ich mich nicht mehr lang? Aber trotzdem, es ist doch kein flüssiges... Ja, der Erste hat schon... Der Erste hat schon einen Bogen. Yo. Wahrscheinlich, oder? Kommt schon. Nicht geil. So, jetzt muss ich mich beeilen, jeder, der sich zu mir gebaut hat. Und dann gönne ich mir jetzt erstmal in diesem Legend-Badwars-Spiel wieder ein Schwert. Eine Spitzhacke. Eventuell eine Rüstung. So, jetzt bin ich mir die Billigste, weil ich keinen Bock hatte, nach rechts zu klicken. Wie ein behinderter Mensch. So. Eins, zwei, drei. So, mehr kann ich nicht. Ja, ich hätte mir aber gerade eben eigentlich die holen können. Das wäre nochmal besser gewesen. Wäre dann genau aufgegangen mit dem, was ich mir leisten kann. Aber was soll's? Juckt mich jetzt nicht. So, jetzt noch Blöcke. Oder stehe ich eine halbe Stunde vor einem Shop, was ich normalerweise mit dem vernünftigen Shop-System in ein paar Sekunden schaffen könnte. Und jetzt leckt es und ruckelt es auch wieder, wenn ich mich irgendwo lang baue. Ist das euer Ernst? So. YouTube, da unten ist immer noch dieser tolle Sneeper, aber der ist hoffentlich gerade nicht konzentriert auf mich. Doch, ist er. Und deshalb baue ich mich nicht weiter rüber. Weil ganz ehrlich, nö, kein Bock. Aber ich frage mich, wie du mich gesehen hast. Du standst mit dem Rücken zu mir. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. So, ich bin jetzt hier so in einer kleinen Base gebaut, die so ein bisschen safe ist. Und rüber, rüber, rüber. Trotz diesen scheiß Legs und Rucklern. Einfach rüber und jump. Nice, ich bin auf seiner Base. Und nice, ich bin an seinem Bett. Alter, du hast ja eh das beste Schwert. What the fuck? Ich hab dich irgendwie gekillt bekommen. Wie hab ich das geschafft? Alter, wie ging das? Ich hab doch übertrieben geleckt und geruckelt. Es ruckelt gerade grundsätzlich einfach. Was ist das für ein Scheiße? Kommt da gerade einer zu mir gerannt? Nee, tut er nicht. So. Dann esse ich jetzt mal ein Stück, während ich mich zur Mitte rüber legge. Oder ruckel. Das sind ja eher alles Ruckler hier. Das ist kein flüssiges... Was ist denn das hier jetzt? Auch noch irgendwie ein Hintergrundgeräusch nach dem Motto... Mhh, das ist doch ein Problem. Du Hurensohn. Ungefähr so klang das gerade. What the fuck? Ich hab rein gar nichts angeschlossen. Doch, ich hab ein Karton angeschlossen. Schließen einfach mal ab. Weil, scheiß drauf. So, ist jetzt ein Typ hinter mir. Ja, natürlich. Hab ich gerade mein erstes Gold, bin ich direkt schon wieder tot, Alter. Was ist heute los? Ohne Witz. Ohne Witz. Was ist heute los? Ich verstehe es nicht. So, bist du schwert? Eins. Zack. Diesmal die beste Rüstung. Ich glaub, die kostet sieben. Sieben. Hab ich. So. Jetzt nur eine Spitzhacke. Hab ich. Zwei. Geil. Wollte ich schon immer haben. Zwei Stück ist natürlich immer geil. Ich hab jetzt eine hier hin, ne? Falls sich jemand hier rüber baut und eine Spitzhacke braucht, um mein Bett abzubauen, dann hat er ja schon direkt eine. Ich bin ja gnädig. So. So, da ich weiß, dass der andere ein paar Sekunden schon bei mir ist, so. Einfach mal dann noch Hose gönnen. Eins, zwei, dann gucken, dass ich mit der Faust fertig bekomme. Da oben ist er. Da oben ist er. Jau. Wahrscheinlich. Ohne Witz gerade. Du hattest doch ein Schwert in der Hand. Wie konntest du mich so krass wegkicken? Was sollte das? Ich hätte dich gerade locker töten können. Du hattest nicht mal eine Rüstung. Und dann kickst du mich mit dem Schwert so einfach weg. Du, was ist das hier, ne? Du, mein lieber Freund. Alter, was ist das hier mit Gommel los? Wieso lädt hier nix? Oder ist das mein Minecraft? Oder what the fuck? Was ist hier los, Leute? Irgendwas stimmt heute überhaupt nicht. Und ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Da fuck, ich seh nichts. Blöcke sind unsichtbar, oder was? Ich will... Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, jetzt hast du eh ne Rüstung. Ich wollte gucken, wie du aus warst und wie du gekrippt warst. Aber nein. Mann, absoluter Abfuck heute. Ohne Witz. Ich habe keinen Bock mehr. Haut rein. Vielen Dank, dass ihr dazu geschaut habt. Teilt das Video einfach, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann schliebt es euch in den Arsch. Tschüss.